Hallo, hier ist Europa-Box 28 zu Rainbow Six Siege und PS4, wir spiele jetzt Vision Personenschutz. Mal schauen, ob ich das schaffe. Personenschutz. Geisel-Schutz ist eine essentielle Fähigkeit. Okay. Du musst Deckung suchen und die Position gegen angreifende Feinde sichern, um die Geisel zu beschützen. Mhm. So, jetzt machen wir eigentlich das, was wir vorher getötet haben. Oh, das ist ein Camper. Erhalte einen taktischen Vorteil. Erzeuge Engpässe und schalte Feinde auf dem Weg zu deiner Position aus. Du setzt ein SAS-Mitglied ein. Smoke ist mit einer ferngezündeten Gasgranate ausgerüstet. Smokes-Ferngezündete Gasgranaten sind eine effektive Abschreckung um Feinde fernzuhalten. Okay. Wir probieren's. Der Feind formiert sich neu. Bereich sichern. Ich bin eigentlich ein Noob, was Beschützen angeht. Also, wir müssen hier Harcock-Campern pro oder was. Ah, ich hab zwei Stück Harcock, oder? Die Geisel absichern. Feinde nähern sich. Mal ran und voran in der Harcock-Camp. Die Geisel haben Sichtkontakt zu Geisel. Drei Feinde sind übrig. Die Bedrohung wurde 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 Die Bedrohung wurde